Die Emanue-Kantschule in Bremenhaven. Die Lage war immer angespannt. Was willst du für eine Freundin? Was willst du für eine gute Freundin? Du lachst es einfach über andere? Alle erratten und kugelten sich. Man, das ist scheiße. Doch dann kam ich in die Schule. Hey, das ist so. Und mit einem Mal war alles anders. Oh, das tut mir leid. Komm, wir nehmen mal eine Schule und nehmen uns mal eine Schokolade. Danke. Ihr fragt euch bestimmt, was macht denn ein Schulhund eigentlich? Klar, Knochen kauen, sich knudeln lassen, Bälle holen, laufen und so weiter und so weiter. Ach ja, und trösten kann ich auch. Nach so einem harten Tag lege ich gerne die Beine hoch und schaue meine Lieblingssendung, The Voice of Wolf. Ich bin mir sicher, eines Tages wird auch mein Talent entdeckt. Und dann kam mein erster Winter. Die Welt wurde weiß und ich begangen zu toben. Und dann landete ich auf einem Schlitten. Ich bin mir sicher, was macht denn die Beine hoch und schaue 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 die Beine hoch. Diese Fahrt werde ich nie vergessen. Nun habe ich mich total erkältet. In der Schule fehlte ich sehr. Ich vermisse Bijou, weil ohne sie die Pausen langweilig sind. Weil ich ihr alle meine Geheimnisse anvertrauen kann, ohne dass sie sie weitererzählt. Weil sie mich fröhlich macht. Weil ich mit ihr gut reden kann. Weil ich immer mit ihr kuscheln. Die Stimmung ist friedlicher in der Klasse. Die Stimmung ist die Beine hoch und schaue die Beine hoch und schaue die Beine hoch und schaue die Beine hoch. Danke, Bijou. Ich dachte jetzt, wo ich wieder gesund war, wäre alles wieder gut. Hey, das ist meine Bijou. Nein, das ist meine Bijou. Da nicht fahr, wir dürfen alle. Nein, das ist unsere Bijou hier. Haupt nicht. Sie ist für alle da. Nee, nur für uns. Nein, nur für mich. Da steht unser Name drauf. Meine. 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 Doch irgendwie war alles anders. Die haben keine Ahnung. Es ist meine Bijou. Das ist meine. Nein, nein, nein. Ja, ist so. Das ist meine. Meine, meine. Ich bin größer als du. Also es ist meine. Manu. Jetzt wollten alle ihre Sorgen und Probleme mit mir teilen und stritten sich um mich. Es drohte das Chaos und ich hatte die Schule nicht besser, sondern schlechter gemacht. Was sollte ich nur machen? Ich grübelte lange. Doch dann hatte ich die rettende Idee, wie alle meine Freunde sein konnten und ich mich um alle Probleme kümmern konnte. Für alle meine Freunde bin ich jederzeit bei Facebook zu erreichen. Jetzt sind alle glücklich und ich kann ab und zu sogar einen Knochen kauen. Action. Action. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017